es geht los du fährst du fährst ich bin schon da sehr gut ich habe mitte ein bisschen ok du bist ja der youtube yoda oh scheiße es war meins der dash afk da steht nur rum ich muss nicht mehr schließen ja egal hat war oh nein habt auch kein tor tschüss ab der fack ich habe für die gegner pariert wenn du downloadest hast du zwingt back zu kommen was downloadest ich weiß auch epic games fortnite echt keine ahnung kann sein oder bei epic games startet jetzt halt nicht ich glaube du bist doch über epic games drin naja aber das ist so black screen irgendwie fack ach so du meinst dein 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 launch startet nicht vielleicht wird der grad geupdatet das ist ein großes update ne dann ist wahrscheinlich fortnite tatsächlich hast du uns vorgemacht nice war doch für uns oder ja ja das war unsers keine angst das war ein tor das du machen solltest jetzt den download anhalten ist fortnite ja ja ich bin jetzt geht es geht es geht es geht es geht es oh shit oh die sind beide zu aufgabe right aufgabe ne nur der eine ne nur der eine hab den einen da weg hab den anderen weg na gut jetzt schon wieder wach der joda ist wieder wach aber joda mit j ja ich hab mitte für dich ja sehr schön und noch mal überlaufen ja ja ich probiere ich hab probiert ich brauch deinen torjubel bei meinem orangenen team dings weil ich hab ich hab boost grün und das hat den rädern wenn du schnell bist grün ich hab gar nix am tor ich hab standard ding am tor aber in season 3 gibt es einen camaro als auto vielleicht hole ich mir den den rocket pass das kannst du echt machen dann kann ich vielleicht auch ein besseres torjubel ding machen das ist scheiß problem ne also an alle firmen die das jetzt gerade sehen ich nehm sponsoring an ihr dürft mir gerne geld geben ja gut wenn wir jetzt mal ehrlich sind wenn genug in das programm einsteigen und alle zeitgleich kaufen dann und alle zeitgleich verkaufen dann hat ja jeder eigentlich einen gewinn aber das problem ist das nennt sich dann marktmanipulation und dann komme ich im knast das bringt mir mein rocket pass auch nix mehr ja gut dann kannst du mir nix de camaro laje zufahren ja du knast bist du Ja, ja, von Memes halt. Ja, ja, genau kann ich dir natürlich nicht, weil das nicht mein Musikmetier ist. Ach ja, ich dachte, das ist ja genau dein Genre. Nee, oh cool. Danke. Nee, du weißt, mein Genre ist ein bisschen anders. Auch richtig. Ich glaube, da was hier kommt. Muss. Oh shit. Oh shit. Ich hoffe, dass ich sie wirklich enttäcklen wollte. Dann wären sie ehrlich. Kannst du dir sorgen, it's just an illusion? Es fährt keiner auf. It's just an illusion. Nee, sagt mir nix. Sing mal. Kann ich nicht, weil sonst kommt wieder irgendwas mit Wish, äh, Sänger. Aber ehrlich, das war ein guter Titel, oder? Von Schweden. I think that it's just an illusion. It's always confusion. Nee, kann ich. Ich sag mir echt nix. Von wem? Ich krasse. Nein! Oh mein Gott! Ich krasse. Ich krasse. Ich krasse. Nee, das kann ich gar nicht. Sagen wir nix. Okay. Ich krasse. Kacke. Ja, ist halt Bello, aber wir haben noch ne Minute. Bello. Oh nein. Das schaffen wir, das schaffen wir. Keine Angst. Ich bin da. Du vor. Weiter. Oh, oder er macht ein Tor. Ui! Guck, wie hoch er geflogen ist. Hast du gesehen? Nee, ich hab Ballkameraden gehabt. Schau dir mal an am Ende, wie hoch der geflogen ist. Lel. Oh lol. Oh, ist aus dem Bild. Ich krasse. Ich krasse. Ich krasse. Ich hab gesagt, wir schaffen das. Kennst du Coolio? Coolio? Der hat gegen Paradise gesungen. Der gerappt. Ja. Auch ein kranker Typ, gell? Das Lied ist krank. Ja. Ich hoffe natürlich, er ist gesund. Achso, ja, ich auch. Egal, Alter, das wär auch ein krankes Tor gewesen. Auch gesund, ja. Boah, scheiße. Ich war noch dran, Mann. Oh, dicker, Alter. Nein, ich war nicht dran. Ach, schade. Ah, stimmt, du kennst ja gar nichts von dem Intro noch. Ja, stimmt. Ja, ich kenn's auch so. Oh, mein Gott. 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 Ich bin krank. Alter, Gangster Paradise, würd ich sagen. Wieso, das war richtig Gangster. Wie du ihn böse überlobt hast, Alter. Ja, bra. Siehst du? Wieder alle raus. Do it! Was? Werden sie auch der Bachelor? Ich hab zur Zeit wieder viele. Ja, am Start. Du bist dran, du bist dran. Verteilst du da noch Hosen, oder? Nein, also... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Scheiße. Ja. Nur in einer am Ende dann. Und wie viele? Hosen verteilst du an die eine? Wie viel sie will. So viel wie sie essen kann? So viel wie sie tragen kann. Okay. Vom Gewicht her. Was vom Gewicht her? Oh, sheesh. Das könnte teuer werden. Ich glaub, du musst schon in meinem Programm mitmachen. Ich glaub, da mach ich sogar so mit. Ich bekomm ein anderer was. Und dann Niko treatet mir ein paar Coins her. Oder halt so. Ja, was? So ein paar Bitcoins. Das Paradise! Hey! Ich frage, welcher Song bei mir grad läuft. Dings, das Paradise. Wie bist du drauf gekommen? Du hast grad gesungen und wir hatten es vorhin davon. Gute Arbeit. Oh fuck. Was war denn jetzt für einen Spezialtrick? Ich hab zu spät Dings Ballkamera angemacht. Bra. Bra bra. Wieso? Ach so. Ja gut. Stimmt. Und ne Matteo. Alter, und der andere ist 2007. Was, was? Hast du den Bug grad gesehen? Ja. Oh fuck. Schade. Steht dafür, weil er hat das Spiel angefangen hat zu spielen. Also es gab Rocket League schon seit 2006. Ja, safe. Damals auf PS1 noch. Digga, ich war grad komplett rum. Was ist das? Spazialtrick. Spazial? Okay. Vor Rocket League auf PS1 noch. Digga, das wäre aber echt krank. Alter Junge, bei mir Bugs grad so krank, das ist nicht normal. Du bist halt out of touch, Alter. Du bist halt out of touch, Alter. Du bist halt out of touch, Alter. Obwohl, ich hab den gleichen Ping wie du. Sogar besseren jetzt wieder. Nimm mal, dann. Ja, du bist dran dran. Dann nimm mal. Gib mal. Oh fuck, der hat mich verwirrt. Egal, der hat sich selber verwirrt. Hey Johnny, das ist verwirrend. Ja, ich weiß. Bitteschön. Für dich. Danke. Gib mal. Ja, hier. Hab hochgelegt. Und jetzt. Jetzt ist. Jetzt gibt's gleich Kassala hier erreicht. Achja? Oh ja, er war höher als ich. Nein. Oh, er kann nicht gegen. Bonk. Für dich in Mitte. Oh ja. Oh, schade. Gute Arbeit wieder. Ja, sehr gute Arbeit. Ich hab' ich geschuckt. Ja, war der andere Stange gekommen. Er hat gemuckt. Er hat gespuckt. Er hat gefuckt. Er hat gefuckt. Okay. Hab, hab, hab. Hab, hab. Hab, boah mittig. Oder in die Mitte genau. Richtig. Oh fucker. Oh fucker. Oh fucker. Muss man alles raus, ne? Oh fucker. Oh fucker. Guck mal an, ob ich für Kindergeige fände. Was, Kindergeige? Ich hab doch Suppe. Oh fucker. Oh fucker. Auf für Kindergeige fände ich. Hahahaha. Mhm. Corona. Ah, süß gell. Also das ist auf jeden Fall nicht speziell für Kinder gemacht, der Content. für erwachsene damen wir haben alles schon gekauft die stehen wohl nicht so auf ägypter weil die ägypter das ist dieses schiff nicht unter kontrolle haben stehen nicht auf ägypter auf den verrückter jetzt jetzt macht das ding ja sehr schön mein gott ich habe schon gesehen dass er sein hat er ist nicht dran gekommen und ich habe gebunden ich hatte schon angst dass er dran kommt dass er dann gebunden hat wie james bond oder zero bond ich habe gar nicht berichtet was passiert ist was ist passiert naja ich würde auf der straße angehalten weil motor auf einmal aus ist während der fahrt und ich merke nur wie der motor so richtig brutal laut gerade geht schon aus auf einer geht es aus auf welcher straße aber wie kann es denn plötzlich passieren das war noch alles okay am ersten aber normal normal ist doch auch der motor ja während der fahrt nicht die batterie aber um zu machen wir haben doch schon gesagt er ist einfach auf der fahrt ausgegangen ja ja aber bei den ganz alten autos noch gekoppelt als da schon beides ach so okay konnte nur mit batterie funktionieren und ja halt sehr mies jetzt weil wir die hohle müssen wir hoffen wir mal dass das nur die batterie ist ja weil wir wusste dann zum glück war die liga noch da bei mir im auto ja und ihren am auto stehen geblieben und ich bin dann halt steht ja und da hat mir dran war gerollt aber dann alles war ein ganz kurzes stück als einfach nur die straße ja das hat ja auch seine vorteile dann ja das ist ja was anderes aber er geht halt ab geht dann brutal ab aber hallöchen ach so wie ich